Die etwas andere Kutschengala, die Weihnachtskutsche vom Christkindesmarkt zu Nürnberg. Gleich geht's wieder los. Auf, pass mal an! Wahrscheinlich der Rhythmus, dass sie zu lange stehen, oder? Nein, halbwegs rum. Und von wo kommen wir denn direkt? Aus dem Rhein-Mond? Nein, die kommen wir von diesen 70. Ah ja. Mauerlander drum. Aber es ist ein Hobbymeer, was sie machen. Das ist ein Hobbymeer. Ja, das ist halt gefährlich, was ich verdiene. Das war gut. Das war gut. Es ist ja was Historisches. Liegt das eigentlich schon in der Familie, dass das schon Tradition über mehrere Jahre hat mit der Kutsche? Ja, 20 Jahre nächstes Jahr. 20? Ja! Ja! Wie ist das? Ede. Die Wilde. InspeContext,